Hallo an der Stelle und willkommen zurück bei Let's Play Lost Dimension. Das letzte Mal haben wir jetzt ja soweit unsere erste Main-Quest abgeschlossen. Und ja, wir können jetzt ja mal mit ein paar Leuten wieder reden, wie nach jeder Quest. Oh, mit ihm können wir jetzt eine wichtige Besprechung führen. Is something wrong? What's the matter? Can I help you? I thought we could talk for a bit. Yes. I see. Then I'll join you. What shall we talk about? How are you feeling? Are you experiencing any pain? No. I feel like this is a medical examination. My apologies. It's my professional habits. I'm just a doctor, after all. Nothing more, nothing less. Well, nothing hurts. I feel alright. But getting trapped in here quadruples my uneasiness, though. Indeed. Interesting. Please don't worry, it's a normal response. Your heart rate is regular, as is your pulse. More likely. I'm more curious about your quick wit, pretending to be sick, just to see me. Pretending, huh? If I give you that impression, I apologize. I'm not offended, indeed. I'm still probing around myself. Rather, what should I say? Are you here to acquire information? Do you wish to interrogate me? No, it's not like I planned out what to ask or anything specific. Oh, just idle chitchat. I'm not sure about others, but you are certainly an odd one. No. You don't fit in, somehow. Hmm. What does that mean? No. I don't mean anything other than you are different. You don't seem like a soldier. Almost like you don't have a purpose here. But you also don't seem like you're plotting something or laying a trap. Huh? I didn't know doctors could diagnose all that. Yes. Oh, yes. We observe breathing, pulse rate, pupil delation, sweating. And I don't sense any malice in you. If there's a traitor, it's likely someone else. Why, thank you. Well. But when I said you don't fit in, I too fall in that category. I'm a doctor, surrounded by soldiers. I suppose I'm fulfilling the role of an army surgeon, but that isn't really me. Hm. I truly am just a doctor. Nothing more, nothing less. Hmm, so viel haben wir aus ihm jetzt ja nicht rausbekommen. Und wir können auch nur mit ein paar Leuten reden. Hm, sprechen wir mal mit ihr. So, that's the end, huh? He's such an uncute person. Does the Supreme no matter? We're here to defeat him. Hm. I'd be willing to persuade him otherwise if he were cute though. But that can't be helped. Let's see feed him. So, unsere Kameradschaft ist ein Stück weit gestiegen. Und sonst können wir mit dem Doktor... ... ... ... Ja, wir bekommen ja nur sehr langsam Infos auf ihn. Und hier mit ihm können wir jetzt zureden. Zenji Meada. Ja, hier ist ein bisschen seltsam. Marco Barbato. He scares me, at the end, I mean. I can't deal with people like that. And he keeps taunting us about that. Traitor. I just wanna go home. That won't solve anything. We came here to defeat that guy. I know, I know, I just... So, wir haben mit allen möglichen Leuten geredet. Gifts. Äh, was denn jetzt hier unten eigentlich? Setup. Ah, vielleicht Level Up. Gifts. Ja. Das können wir machen. Sides. Das äh, gibt uns da halt noch ein bisschen mehr. Level 3. Also muss ich hier Level 3 haben, damit Fortune aufgeht. Increases critical rate during assists and counterattacks for you and nearby allies. So. Das wird halt verdammt viel Sinn machen. Ich weiß halt auch nicht, wie es aussieht. Ob wir überhaupt alles freischalten können. Äh, das mit dem letzten gehe ich hier mal auf Lock On. You have learned Lock On. Einfach aus dem Grund, dass wir mit Lock On, wie es aussieht, ja dann doch mal ein bisschen Schaden machen können. Mit ihr will ich jetzt Burn komplett hochleveln. So. Es hat eine Power von 150. Das da hätte standardmäßig schon direkt eine Power von 115. Also gar nicht so schlecht. Er hat gar keine Gift XP. Warum auch immer. Äh, bei ihr gehen wir mit Impact jetzt mal auf Maximum. So. Ah. Ne, sie hat nichts. Er hat. Ah. Jetzt können wir hier Heal auf Maximum bringen. Das ist ja auch schon mal gut. Self Regenerate. You gain HP Regen. Oh. Das muss ich eigentlich machen. Das oder Injection. Am besten noch Injection, weil das Healing verbessert und dann Revive. Weil mit Revive wenn man dann einfach mal so einen Charakter wieder auferstehen lassen kann. Das ist schon sehr sehr gut. Und wie man sieht. Er hat auch irgendwie. Was? Strike of Samael. Psychic Attack with a Chance to instantly kill target. What the fuck? Teleport. Friend Portal. Was denn das? Teleports your next target to ally. Joker Strike. Ja. Also er hat scheinbar schon ein paar ganz nützliche Fähigkeiten. Äh. Was macht denn das hier? Fast Rider. Increases Attack Range. Das ist natürlich sehr gut. Und Plink ist... Teleports to dodge an attack. Ja dann mache ich das hier jetzt aber am liebsten mal. Äh. Weil wenn wir dann uns Ranger erhöhen, ist ja eigentlich das Beste was passieren kann. Und hier wie immer er. Meins Eye. So. Hat er irgendwas das uns vielleicht in Zukunft helfen könnte? Was ist ein Crusader? Increases Damage from Gift Skills. Okay er sucht schon der Damage Charakter und dann hat er noch, wie es aussieht, eine ganze Menge Skills, die einfach dann noch Damage erhöhen. So. Äh. Was machen wir denn dann? Wir können jetzt daher mal diese... Komm schon. Aus Judgment. Proceed to the Judgment from Caution. Progress will be safe. There is no going back. Okay. Das missfällt mir. Haben wir Mission? Ja wir hätten eine Mission. Reconnaissance. Subquest. Teleported into an Ally. Das ist die Enemies ahead. Safe from Flanking. Fight through and investigate. Okay. Das machen wir dann aber jetzt das nächste Mal und es wieder heißt. Let's play... The Lost Dimension. aufgeht man sich das der Schmerz. Er haben wir. någon aus Ciron-Complreme.